Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Petschda in the World of Warcraft, auf dem Privatserver, Rising Gods. Wir sind im Arati Hochland und sollen Fatsrock killen und die Route der Ordnung mitbringen. Den haben wir in der letzten Runde hier oben gesehen. Bei dem Bauernhof der Debris, genau. Wir geben jetzt auch die Quest hier nicht ab. Wir reiten gleich hoch in der Hoffnung, dass er noch da ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Lalalala. Hm. Jo, die ganze Runde kenne ich schon gar nicht mehr. Ist das alles? Wie der hier so lang läuft. So und so. Weil hier unten rennt er ja auch rein. So, ich bieg mal hier zwischen den Dinos durch. Da oben hat man ihn gesehen, da hinten. Ah, da. Das ist schön, dass der jetzt so weit sichtbar ist. Aber die ganzen Dinos wollte ich nicht mit klatschen. Ich kaufe mal, das ist so die Kurberichtung. Denn wir ziehen auf jeden Fall seine Ads dort mit. Der hat es nicht ganz so schlimm. Totstellen kann ich mich ja auch noch. Außerdem können wir hier den Rest alles einschalten. Wieso ist das eigentlich alles nicht ein? Hä? Ich verstehe es nicht. Ki. Marsch. Vier. Fünf. Sechs. Akku ziehe ich sowieso. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Dass die wegrennen. Der macht auch nichts bei Kitty. Also normal ist das nicht. Die klopfen sonst richtig drauf. Ähm, seltsam. Die holen wir uns trotzdem. Ick. Da hinten laufen sie. Ich habe keinen Bock, das alles hier zu verbacken für die Nächsten. Deswegen machen wir das anständig. Und sitzen jetzt auch auf. Und klopfen die hier hinten um. Außerdem kommen andere durcheinander, wenn die jetzt hier wegrennen. Nicht, dass die auch nicht richtig dann riesbohnen. Oder gar nicht erst richtig diesbohnen. Jetzt, jawohl. Solange sie nicht auf Entkommen sind, alles in Ordnung. Ne. Der sollte eigentlich dann auch nicht weiter wegrennen. Bis. Und die rennt Tatsache hier hoch. Wollt ihr jetzt die Prinzessin beschwören? Aber das ist doch meine Sache. Später. Hm, hm, hm. Snort. Die rote Hammer. Lebloser Stein. Robuster Stein. Den brauchen wir. Oh. Sechs Beweglichkeit. Jetzt ziehen wir doch gleich mal an. Der Ding ist ja mal viel besser. Siehst du mal, was ich für einen Grab anhabe? So. Wo sollen wir es abgeben? Der Ungene wieder. Aber jetzt machen wir mal eine Zwischenrunde über die Zuflucht. Können wir auch gleich verkaufen. Sollten wir auch noch mal nutzen mit dem Verkaufen. Denn wir wollen ja dann auch noch zur Falldierbucht runter. Wenn denn dann hier drin endlich mal Schluss sein sollte. Ich sag, ist jetzt auch noch nicht ganz klar. Hm. Ja, schniegene. So viele Mops hier grün für uns sind. Mitmachen. Sind wir von der anderen Seite gar nicht gewohnt. Oh, oh. Musik. Na, na, na. Schnauze. Ja, gleich. Bieteschön. Oh. Bevor diese Schlacht ein Ende findet. Habtank für die Abzeichen. Und? Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier alle Quests fertig. Jawohl. Dann müssen wir jetzt noch zum Fotzruck... Äh. Hier unten die Route abgeben. Hauptstein zerbrechen. Schickt uns dann sowieso Edland. Es ist kurios, dass uns keiner direkt in die Falldierbucht reinschickt, he? Komm ich. Komm ich. Aber wir wissen ja zum Glück, wo es ist. Bäm. Nein, nicht mit der 4. Sind wir mit der 5 gepult? Die sind ja immun gewesen. Nein, sind nicht gewesen. Die sind noch immun. Der war mal immun. Aber der da ist es noch. Krawalbom peng. Los. Jetzt. Und. Äh. Dann halt so. Ach, beim Grußen soll man es jetzt abgeben. Altklar. Hat noch eine Quest? Jawohl. So, Schniekel. Sprecht mit Gehrig. Knochengriff im düsteren Viertel von Eisenschmiede. Jep. Mach mal. Und jetzt schwingen wir uns aufs. Mann. Da da und ab. Und reiten hier links an der Burg lang. Na, hier Burg, kennst du noch? Waren wir schon ein paar mal drin. Jo. Oh, jetzt muss die mal hartstof gehen. Reiten einfach den Weg hier lang. Ja, hier brauchen wir nicht gleich wieder aufsitzen. In der Höhle sitzt er automatisch ab. Ah, jetzt ist die Musik alle. Gut. Kann ich wieder weiterlaufen. Fall dir bucht. Nicht gleich wieder rumdrehen. Hier unten gibt es nämlich noch Quests. Wapp. Jawohl. Wenn du hier Mineralien-Suche einschaltest, siehst du hier auch noch Eisen vorkommen. Wir kriegen dann auch gleich noch ein Quest-Item. Da sehen wir dann hier noch mehr von den ganzen Dingern. Aber wir schalten das mal hier wieder um. Feuerflüssen-Schnapper. Ja, hello. So, hier unter uns sind dann noch Mops. Da hinten sind zwei Schiffe. Gesunkene. Jo, jo, jo. Und bevor wir hier die Quest-A nehmen, muss ich mich mal hier oben ganz kurz umschauen. Denn Sari meinte, hier oben kann man dann auch eine Kanone benutzen. Oder hier oben spawnt dann eine Kanone. Ja, das werden wir eventuell probieren. Wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Was soll ich mal für dich machen? Sprecht mit Captain O'Brien. Jawohl. O'Brien. Quest beenden. Hm. Ja, du möchtest die Lockbücher haben. Kannst du kriegen. Ich sitze mal hier ab. Schwarzmeeräuber. Zehn Räuber und Lockklatschen. Begleitet Professor. Jawohl. Den Juden Professor. Nun gut, Daze. Folgt mir zur Höhle. Dort werde ich versuchen, die Macht des Ruhlensteins. in diese Brille zu bannen. In die Brille. Hm, naja. In die Brille drücke ich meistens was ab. Aber gut, das ist was anderes. Ja, das hat hier auch nichts zu suchen. Energie aus dem Stein zu ziehen. Na, dann zieh mal was am Stein. Was? Dieser Ort ist verflucht. Na, wenn du schon an einem Stein ziehst. Das kann schon nicht ganz normal sein, du. Mit der Brille vor dem Stein. Ist das eher wie, woran wird? Mit dem Kopf gegen den Stein. Und so. Vier. Vier. Fünf. Kitty wechseln. Vier. Kitty. Jawohl. Fünf. Den hast du. Jawohl. Da hat er mich noch auf den Professor umgenetzt. Schwierig. Schwierig. Jawohl. Kommt aber normalerweise nur eine Welle. Ja, du hast es überstanden Ist nicht so schlimm, Tim Professor Brasseltrop Jawohl Da heißt mit vornem bestimmt Tim Ach nein, da heißt der mit vornem Professor Ja, steht ja da Fast fertig Nur ein bisschen länger Noch öfter mit dem Schilder vor Ich habe es geschafft Ich habe die Macht des Steins Auf die Brille übertragen Aber manchmal hört sich das an Als wenn man da einen Stein reinfallen lässt Das stimmt Puh, bin ich von Okay, die raus da Der ist nicht zum Essen gedacht Ja, bitteschön Zillelfen-Ede-Steine Dankeschön Uh, Angel Schwimmende Frackteile Ach komm, da sollen wir doch mal nicht rein, oder? Geh mal ein Stück vor Jawohl Das ist das Quest-Item Ein Bergbauer brauchen wir auch hier oben nur umschalten Dann siehst du die Edelsteine auch Dann brauchst du auf die wertvollen Stats Vom Helm nicht verzichten Jawohl, dann war das Wieso kriege ich kein Kein, kein Punkt Aber, aber, aber Angelskill und so Schöne Koffer Noch einer Fett Heben wir uns auf Wenn ich die jetzt aufdrücke Machen wir uns nur das Inventar zu Nach der nächsten Folge beschwere ich mich bestimmt Kannst du den nicht gleich aufmachen Das Zeugs verkaufen Juhu, haben wir das Machen wir wieder so rum Schön Und dann Mit der Reihensuche an Nochmal schwimmende Frackteile Aber wir haben einen Angel-Skill-Punkt Da reicht Aber die sollten doch hier schon zu sehen sein, oder? Ja Ja Hier müssen wir auch Tauchen Löchnen die bis dahinter Krass Damit sie auch der letzte Blinde sieht Oh Oh Haben sie endlich rausgenommen Siehst du mit Bergbau nicht mehr Jo, jo, jo Muss man den klatschen? Nö, ne? Wir können einfach hier hin Denn in den Schiffen sind schon genug drin Doppelt Aha Interessant Schön Hau Gewalt Boom, bang Ist das gleich wieder ins Punkt? Oder ist das da hinten? Na mal Naja, die hauen sowieso wieder ab So Hier unten ist nix drin Schade Wieso hab ich denn hier unten reingeklotzt? Naja, weil ich neugierig war, ne? Ja, hier musst du eigentlich von oben rein schwimmen Wo war denn der Eingang? Da ist der Eingang Wir holen nochmal kurz Luft Wir füllen uns auf Das muss reichen Jawohl Schwacke Da oben geht's rein Hier rum Hier haben wir schon Akku Hier Nicht in Sichtfeld Wieder nicht in Sichtfeld Schlecht Komm nicht so hin Auch nicht Solange ich looten kann Hier Dann halt so Hier musst du sowieso ein bisschen resistent sein Die kommen hier sehr schnell durch die verschiedenen Decks durch Das war in Klassik nicht ganz so schlimm Die Fehler kommen mal aus später Ein bisschen vorsichtig sein in dem Schiff Da ist das schon Nicht so wilde So, hier siehst du schon mal das erste Dort leuchtet Komm hier Jetzt Das Lokbuch Der Minna Wir müssen hier aber noch Um die Ecke Da ist nämlich noch was Genau Komm, komm Weiter ballern Jawohl Sonst geht uns der Atem aus Hier ist nämlich genau Die Karte Okay Wir haben von unten Ne, wir haben von unten nicht reingekommen So, raus hier Hoch da Und dann schwimmen wir mal da drüben rein Ich weiß gar nicht, ob ich da ganz wundern musste Aber bei den Schiffen bin ich mal so zwangsgesteuert Unten rein Da ist bestimmt was schönes versteckt Wenn nicht das Quest-Item, dann bestimmt eine schöne Kiste Oh, die Musik Meistens sind sie hier unten kaputt irgendwo So, wieder auf der Seite Ich muss mich jetzt unter Wasser totstehen Das sieht doch affig aus Menno Noch schlimmer als sonst Lalalalalala Kitty Gewollbung Peng Hast du eigentlich noch was bei dir im Zauberbuch? Das ist immer an Das Auch Hier haben wir Das Lockbuch Hier haben wir Die Truller Da haben wir einen Typen Den Werden wir wohl auch wieder von oben rein müssen Vorher schnappen wir uns immer noch Dicke Stopp Uiuiui Uiuiui Jawohl Den dürfte ich mir schon so Krawallbumpeng Reicht's noch in Ordnung? Test Twist Aha Soll wir hier mal um die Ecke Auch nicht Küdiu Attacken Ein bisschen Luft haben wir noch Hübbel Hä? Da Jawohl Ich will kurz mal Muss doch hier irgendwo auch mal sein Wollend Döndöndöndöndöndö Kommen wir hier durch die Fenster? Ja Kleiner Zwerg Das ist das Jawohl Bumpeng Küdi Du machst das schon Oh ja Ich auch von oben Schniegel Wut Das ging schnell So Von dem brauchen wir trotzdem noch Rädchen Von dem haben wir alle Ach Hat doch super geklappt Haarluft habe ich nicht komplett geholt Ne? Mäh Das Und das Denn wir müssen nämlich jetzt Ach komm Dann können wir auch den Helm aufsetzen Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt schon einen von diesen Edelsteilen. Ja, hier sind etliche, kannst du immer schon dann im Kreis Nagerschuppen Das war mal Lederverarbeitung Aber alles Rezepte, die man nie großartig genutzt hat Keine Ahnung, warum man die so eingefügt hatte Irgendwie alles ein bisschen sinnlos Geweben könnte Ach nö, jetzt sind wir auch schon wieder durch eine Runde durch Schaffen wir nicht mal mehr das hier zu Ende Jo Ja, die Völker schickt uns nach Budibay Gucken wir uns ein paar Edelsteine noch mitten hier Ah, ein paar, zwei Mehr bringt uns dann sowieso nichts Ähm, wo komme ich denn hier am zügigsten noch raus? Kommen wir hier wieder? Zu dem Eingang von der Höhle? Müssen wir uns da auf den Sehen stellen können? Schwimm! Schwimm! Zwergund, oh, Zwergundwasser Da ist das ganze Fell nass und stinkt Und ich rede nicht von Kitty Jawoll Mäh Das muss ich kräftig schütteln Oh, das sieht schön aus, ne? Ja Ja Ja, das sieht nicht schön aus Was ist das denn? Das ist die Brille Wow Scroll raus Jawoll Raus Scroll Naja, komm Jetzt, jawoll So, noch ein bisschen gedreht Schön Ich bedanke mich für's Reinschauen Vorbeischauen Zuschauen Dankeschön Wenn's euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Word of Warcraft von Blizzard Entertainment Patchland Word of Warcraft Auf dem Privatserver Rising Gods Bis dahin Auf Wiedersehen und Schizikowski